Ich mochte nicht mehr so wirklich viel hier. Die Stadt trug nur noch grau. Und so lief ich da. Kater und Hunger strebten sich um ihre Vormachtstellung. Irgendein Samstag, irgendwann nach 10 und ich entschied mich, etwas ändern zu müssen. Und deshalb blieb ich einfach stehen. Die Veränderung kommt, bin ich mir sicher. So und nicht anders. Ruhe ist eine Tugend. Und Europa trägt ein total stilsicheres Motto-Shirt mit der knallbunten Aufschrift, egal was passiert, immer weiter tanzen. Ich kann nicht tanzen. Konnte ich noch nie. Und will ich auch gar nicht. So stehe ich hier und warte. Kann mich nicht wenigstens irgendein verdammter Idiot filmen? Na toll. Untertitelung des ZDF, 2020 Konsequenz. Konsequenz ist entscheidend. Sonst nimmt mich doch niemand wahr. Komm schon, schau mich an. Ich hab dir am Abend vor der Scheiß hier zwei Drinks ausgegeben. Du musst mich doch nicht gleich ablecken. Mädchen, guck rüber. Ich hätte nicht zur Valerie ziehen sollen. Da hat sich die Kacke abgekühlt. Ich bleibe hier, bis mich jemand wirklich sieht. Und sei es, bis ich hier Wurzeln schlage. Oder der Wald zurück durch den Beton. Du bist du passportier. ocybock Müll, selbst Müll wird Fleisch überdauern. Müll, selbst Müll, selbst Müll, selbst Müll, selbst Müll.